ja heute willkommen auf in der kommenden komischen Video um vielleicht kennt ihr Entfernen ich und er wir machen gerade so einen Stresstest von einem ja von dieser neuen Version für diese 12 W 18 A habe ich auf 100 Slots beschränkten Server mal schauen wie viel es dann wirklich werden oder ob das Service aushält normalerweise ist es ein 5 Slots mit 1 GB dran mal schauen und ja einfach mal testen bin gespannt wie viele Menschen noch kommen er hat das ganze Bild steht auf YouTube alle um die 200.000 aber er nimmt es heißt es werden bald einige Menschen kommen wie ihr sehen könnt und ja ich habe es einfach steht angeboten wieso nicht scheint lustig zu sein okay geht er war in der Snapshot nicht viel besser überwiesen worden die people die zwittert okay so bis jetzt mittlerweile einige aber kommen nachgefragt damit eine URL für Server-Texturen hat ups, tut mir leid mann versehen, natürlich so so, jetzt vergraulich die mal alle äh bye-bye bye-bye ja die wegen sich eigentlich noch relativ flüssig oh, die ganze Gegend sehr wichtig ist genial holy shit ach, schau dich das mal an ach, wie geil ich liebe meinen Server ich, ich liebe meinen Server einfach, ey, ist genial bitte ich aber zu viel Scheiße machen momentan habe ich um die 50 Leute hier spiele mit Gerst ähm ja und sonstiges so, ähm ja, kurz gesagt ähm dieses Video hier im Prinzip ist das Gegenstück von Ant-Venoms-Aufnahme er hat mich das ganze Server-Spektakel nämlich aufgenommen und er hat mich sogar in die Videobeschreibung reingepackt, äh, so, meinen Twitter-Namen, wo ich ihn kontaktiert habe und, ja ja ich denke mal, weiteres erzähle ich euch dann im nächsten Video oder in den nächsten Videos und ich musste euch einfach aufhören, weil mir ist das Video-Material aufgehege ja die will ich schon ich hab keine Ahnung mehr gehabt und jetzt muss ich einfach irgendwas dran basteln und ich hoffe es hat euch gefallen Ciao Leute Ciao Leute